Ja, Newsflash! Wir haben Nachrichten zu verletzten Spielern, ich habe College-Football-Spiele, die ich euch empfehle, wie jede Woche, und dann reden wir natürlich über das Mal-Scarat-Ding, ist ja klar. Vorher, wenn es einiges über mich zu wissen gibt, dann dass ich nie krank bin. Also kommt gar nicht erst auf falsche Gedanken hier. Uiuiuiui. Bis Ende des Jahres. Wird sehr, sehr knapp. So gut, wir starten direkt mit dem Thursday-Night-Football-Spiel. Wir hatten die Steelers bei den Browns. Und bevor wir zum tatsächlich Sportlichen kommen, gibt es natürlich die große Story, über die jeder redet momentan. Das ist Miles Garrett. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, dann frage ich mich, wie ihr das Video hier gucken könnt, aber das andere nicht mitgekriegt haben sollt. Das wäre schon ziemlich beeindruckend. Dann gebt einfach Miles Garrett Mason Rudolph ein oder vermutlich nur Miles Garrett bei YouTube. Und die ersten Ergebnisse werden direkt das sein, worum es gilt. Denn als das Spiel schon durch war, als alles vorbei war, erst mal abseits der Kameras, bis man dann die Wiederholung gesehen hat und so weiter, nach einem, nicht wirklich Sack, aber nach einem Takedown, sage ich mal, von Miles Garrett, nach einem Quarterback-Hit, hat er auf einmal Mason Rudolph mit dem Helm auf den Kopf gehauen. Was halt prinzipiell erst mal dumm ist. Bevor wir richtig reingehen und bevor ich jetzt meine Meinung dazu sage und sowas, weil ich weiß, dass es wieder Leute geben wird, wie immer, die versuchen, einem nur aus Prinzip das Wort im Mund zu verdrehen, zu sagen, ah, du verteidigst Miles Garrett und dies, was Miles Garrett gemacht hat, war kategorisch dumm. So, kann er nicht machen. Ist glasklar. Und ich glaube, niemand, den ich gesehen habe online, hat versucht, das zu verteidigen. Niemand. Obwohl es manchen Leuten vorgeworfen wird, nein. Auch ich werde nicht versuchen, das zu verteidigen. Das ist kompletter Quatsch. Kann er nicht machen. Punkt, aus, Ende. Da gibt es auch nichts dran, rumzurütteln. Ich glaube, niemand hat ein Argument dafür vom Ding, naja, also eigentlich ist es gerechtfertigt. Das ist Quatsch. Kann er nicht machen. Jetzt, mein Punkt. Mason Rudolph stellt sich jetzt sehr, sehr, sehr da als Opfer. Was er zu einem gewissen Teil auch machen kann. Aber was mich ein bisschen ärgert bei sowas, ist immer, wenn man sich dann selbst so, oder wenn sich Leute selbst so als komplett schuldlos darstellen. Er sagt, es war ein Coward-Move, also was, was nur Feiglinge machen sozusagen, was Miles Garrett da gemacht hat. Und kann ich so überhaupt nicht unterschreiben. Er hat da definitiv eine Mitschuld. Und wer das nicht einsieht, ist vermutlich entweder heftiger Steelers-Fan oder heftiger Mason Rudolph-Fan und gesteht sich die Möglichkeit überhaupt nicht ein. Oder ist extrem verblendet. Oder hat keine Ahnung von Football. Denn es gibt auch immer wieder Leute, die auf sowas dann einfach draufspringen und entweder versuchen mit der Geschichte den ganzen Sport schlecht zu machen oder alle Sportler schlecht zu machen oder einfach Miles Garrett schlecht zu machen. Wir wissen von Miles Garrett, dass er einer der entspannteren NFL-Spieler ist. Und genau wie das mit AJ Green damals war, als der extrem auf J.M. Ramsey losgegangen ist, sowas passiert nicht ohne Provokation. In dem Fall waren es wohl drei verschiedene Sachen, die Miles Garrett dazu gebracht haben, so auszurasten. Einmal war es wohlgelaber. Ich glaube, das spielt bei sowas nicht wirklich eine Rolle, wenn Mason Rudolph Miles Garrett dazu textet von wegen, ey, du bist schlecht oder was weiß ich, wenn die Browns gerade 21-7 quasi gewonnen haben. Und andererseits, oder dazu kommt noch, dass er ihm in den Schritt getreten hat, was, glaube ich, auch nicht so kritisch sein sollte, weil eigentlich Football-Spieler, ich glaube, alle, egal auf welchen Positionen, Suspensorium einen Sackschutz tragen. Sorry für mein Deutsch. Das Dritte, und das verstehe ich wirklich, weil es, glaube ich, schmerzhaft ist, auf jeden Fall saugefährlich, ist, dass Mason Rudolph, nachdem er runtergefallen ist, dann erstmal versucht, wie so ein Bescheuerter am Facemask und dann auch hinten am Helm von Miles Garrett zu ziehen und quasi versucht, ihm den Helm runterzureißen und es halt nur einfach nicht geschafft hat. So, letztendlich, das, was Miles Garrett dann gemacht hat, den Helm wegzuziehen von Mason Rudolph, ist das, was Mason Rudolph zuerst probiert hat und er hat es nur einfach nicht geschafft, so, ne. Wenn er besser, oder besser, wenn er stärker, geschickter, wie auch immer in dem Moment gewesen wäre, eine bessere Hebelwirkung gehabt hätte, dann hätte er das geschafft, Miles Garrett hätte keinen Helm gehabt. Und im Football ist es dieser, wie heißt es, Hammurabi-Kodex? Ich weiß es nicht genau. Aber Auge um Auge, ähm, das ist in der NFL, das ist sehr, sehr ausgeprägt, im Football generell. Du hittest mich, ich hitte dich. Du schlägst mich, ich schlag dich. Du greifst mir ins Facemask, ich greif dir ins Facemask. Du versuchst, meinen Helm runterzuziehen, ich versuch, deinen Helm runterzuziehen. Unterschied, wie gesagt, Miles Garrett hat es geschafft, Mason Rudolph nicht. Danach war die Situation erstmal vorbei, muss ich sagen. Und danach ist dann der Moment, wo es wirklich richtig durchgebrannt ist bei Miles Garrett, denn logischerweise kommen dann da die zwei O-Liner und reißen ihn hoch und gehen halt ein bisschen auf ihn los, noch nicht wirklich doll, aber ein bisschen. Und dann kommt Mason Rudolph halt noch angerannt mit seinem Ratten-Gesicht und schmeißt sich da noch rein und dann fängt Miles Garrett halt an zu schwingen. Ich weiß nicht in dem Moment, ob er wirklich versucht hat, Mason Rudolph zu treffen. Es sieht so aus, aber ich glaube, das sollte auch nicht wirklich eine Rolle spielen. Das ist so oder so einfach, kann er nicht bringen. Stellt euch mal vor, der trifft ihn jetzt und da passiert wirklich was. Das kann er einfach nicht machen, so das geht nicht. Andere Sache ist dann, dass es dumm ist von Mason Rudolph, da überhaupt hinzurennen ohne Helm. Aber das kann man ihm ja auch nicht vorwerfen. Du kannst ja nicht sagen, das ist unfair oder dirty oder sowas, das ist einfach nur dämlich. Aber ja, nächste Sache, das Letzte, was ich dazu noch sagen will, und ich bin jetzt schon wieder bei sieben Minuten oder sowas, nur über diesen Quatsch reden, ich hasse das. Pouncey, der Offensive Liner, der dann da hingegangen ist und auf Miles Garrett los ist, nachdem er ihn mit dem Helm gehauen hat, also nachdem Mason Rudolph den Helm auf den Kopf gekriegt hat, hat er ein bisschen auf Miles Garrett eingeschlagen, was auch ultra dämlich ist, mit Fäusten gegen den Helm zu hauen, weil du dann nur deine Hände verletzt und nicht den Kopf. Und dann als Miles Garrett schon auf dem Boden lag, nochmal draufgetreten, schön auf den Kopf, was auch nicht sonderlich kritisch ist, weil er den Helm auf hat, aber einfach von der Geste und von der Tat an sich ist es auch extrem hirnrissig. Und was mich sehr, sehr, sehr ärgert, ist die unterschiedliche Darstellungsweise, gerade von ehemaligen Offensive Line-Spielern auf Twitter. Dann ist es so, das wird extrem gelobt von Pouncey, was er macht, von wegen, oh, das sind Führungsqualitäten und er macht nur das, wofür er bezahlt wird, seinen Quarterback beschützen und sowas. Und bei Miles Garrett wird gesagt, ey, das alles, was vorher ist, das zählt nicht, er darf ihn einfach nicht hauen. Das, was vorher ist, spielt keine Rolle, was absolut richtig ist. Aber bei Pouncey sagt das keiner. Bei Pouncey sagt keiner, ey, was vorher passiert ist, spielt keine Rolle. Die sagen alle, nee, was vorher passiert ist, spielt eine Rolle und deswegen darf er ihm auch auf den Kopf treten und was weiß ich. Und wenn man nur einfach das Pouncey-Zeug weglassen würde und Miles Garrett anmacht, das kann ich voll verstehen, aber auf der einen Seite Miles Garrett so extrem zu verurteilen, von wegen er sollte angeklagt werden, da komme ich jetzt erstmal gar nicht rein. Zivilrechtlich sowas zu verfolgen, wäre egal. Aber sowas zu sagen, auf der anderen Seite nicht nur Pouncey zu ignorieren, sondern ihn quasi in den Himmel zu loben, von wegen das sind Führungsqualitäten, das finde ich ultra dämlich. Die sperren letztendlich, bevor ihr mich fragt, Mason Rudolph hat gar keine Sperre gekriegt, Larry Ogunjobi hat für einen Schubser Einspielsperre gekriegt, Pouncey hat drei Spiele gekriegt und Miles Garrett ist bis mindestens Ende der Saison raus, einschließlich Postseason, wo die Browns da vermutlich eh nicht reinkommen werden und dann eventuell noch länger, da wird man aber gucken müssen. Jetzt noch kurze paar Worte zum Sportlichen. Wie gesagt, 21-7 ist es ausgegangen, das war offensiv echt eine Trauerfeier, das war extrem schlecht auf beiden Seiten. Ich weiß nicht, ob ich schon mal oder ob ich mich an ein Primetime-Spiel erinnern kann mit zwei schlechteren Quarterbacks. Mason Rudolph kann eigentlich froh sein, dass das am Ende noch passiert ist, weil ansonsten viel mehr Leute darüber reden würden, wie schlecht er gespielt hat und auf der anderen Seite Baker Mayfield halt auch wieder nicht gut gewesen. Also Mason Rudolph war deutlich, deutlich, deutlich schlechter, versteht mich nicht falsch, aber das war echt nicht gut auf beiden Seiten. Nick Chubb hat nicht richtig reingefunden, Hunt hat gute Kontakte gehabt, aber zu wenig meiner Meinung nach. Beckham hatte seinen einen dicken Catch und danach war auch wieder nichts los. Also es war echt sehr, sehr schlampig auf beiden Seiten und das ist genau das, was ich mal meinte. Wenn die Steelers mal ein Spiel lang nur durchschnittlich spielen, ist es für ihre Defense unterdurchschnittlich und die Offense reißt halt einfach nichts und das ist genau dieses Ding gewesen, wo ich gesagt habe, solche Spiele werden die Steelers verlieren und deswegen glaube ich auch nach wie vor nicht daran, dass sie noch wirklich sicher in die Postseason kommen, einfach weil die Defense jede Woche extrem gut spielen muss, damit sie gewinnen. Diese Woche war es nur durchschnittlich und es hat einfach nicht gereicht. Sorry, dass das schon wieder so lang war, ihr kennt mich, ich komme ins Labern. Gut, dann kommen wir mal wieder zu normalen Neuigkeiten. Bei den Eagles dreht sich zur Zeit das Running Back Karussell. Wir haben auf der einen Seite Jordan Howard, der erstmal out ist jetzt mit dem Stinger. Das ist eine Wirbelsäulenverletzung beziehungsweise eine Nervenverletzung, die mit einem stechenden Schmerz deswegen Stinger in einem Arm auslöst, quasi sehr schwer zu beschreiben. Deswegen lasse ich es jetzt auch einfach, bevor ich jetzt was großartig Falsches sage. Es ist nicht sonderlich schlimm, aber kann sich manchmal ein bisschen strecken und ist, glaube ich, relativ schmerzhaft. Darren Sprouls hat es da ein bisschen schlimmer erwischt. Der hat sich im Training den Hipflex, also den Muskel gerissen, der quasi unten am Bauch dran ist, auch wieder schwer zu beschreiben, der dafür zuständig ist, euren Oberschenkel zum Oberkörper ranzuziehen. Den hat er sich gerissen. Ist ein Muskel, der extrem wichtig ist fürs Laufen und fürs Sprinten erst recht. Stell ich mir unglaublich schmerzhaft vor, einfach weil du nichts mehr machen kannst mit den Beinen. Das ist sehr, sehr, sehr kritisch. Der ist logischerweise out for season, also der wird gar nicht mehr spielen die Saison. Dafür haben die Eagles jetzt einen alten Bekannten wieder verpflichtet. J.J. ist wieder bei den Eagles und könnte wohl jetzt auch am Wochenende direkt schon spielen. Todd Gurley ist zur Zeit ein bisschen ein Mysterium. Die Rams bestehen ja immer wieder drauf, von wegen, nein, Todd Gurley ist nicht verletzt und er hat keinen Snap-Count. So, er spielt so viel, wie wir ihn brauchen und wir haben jetzt keine Obergrenze. Allerdings hatte diese Saison noch nicht ein Spiel mehr als 20 offensive Kontakte gehabt. Ich glaube, er hatte noch nicht mal einmal 20. Was merkwürdig ist für einen Running Back, der vielleicht der beste offensive Spieler ist im Team oder gerade jetzt zur Zeit, wenn Brandon Cooks raus ist, würde ich sagen, er ist der Beste. Cooper Cup könnte ein Argument machen, aber Todd Gurley, überleg mal, als der fit war, war der mehrfach in der MVP-Konversation. Also, hm, jetzt auch im letzten Spiel gegen die Steelers, da kam sein letzter Ballkontakt im Spiel mit noch einer Minute im dritten Viertel. Das heißt, obwohl er im vierten Viertel teilweise auf dem Feld stand, hat er keinen Lauf gekriegt, keinen Pass gekriegt, hat einfach den Ball nicht mehr berührt. Das ist wirklich, wirklich merkwürdig, gerade wenn die Defense halt auch, äh, die Offense noch so struggelt, ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass die Rams vorne gewesen wären und gesagt haben, gut, dann schonen wir den mal ein bisschen, so, die hätten den brauchen können. Also, das ist eine Sache, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte, aber ich bin mir relativ sicher, dass er einfach wirklich noch angeschlagen ist, beziehungsweise verletzt, so kann man es ja auch sagen. Die Browns haben den jungen Wide Receiver Antonio Calloway gecuttet am Donnerstag und jetzt nachträglich kam raus, dass er auch noch zehn Spiele Sperre hat. Er hat versucht, dagegen vorzugehen, zu sagen, hey, ich hätte gern weniger und die NFL hat gesagt, nö, ähm, denn er hat gegen die Substance Abuse Policy verstoßen, der NFL. Ähm, scheinbar kam das Ganze von gestrecktem Cannabidiol, das ist ein, ähm, nicht psychoaktives Cannabinoid, ähm, wenn man ehrlich ist, hat er einfach gekifft, so, ne? Es gibt Sachen, diese, äh, mann, Drecksname, Cannabidiode, hä, die einem, ähm, helfen, schneller zu schlafen und sowas. Das ist halt alles mit Marihuana gemacht, aber, wie gesagt, nicht mit psychoaktiven. das heißt, es hat nicht diese High-Werden-Wirkung. Ähm, jetzt ist das, was er sagt, ist halt, ey, in meinem Produkt war scheinbar, waren doch psychoaktive Stoffe drin, die mich haben High-Werden lassen und das ist dann auch das, was im Test rausgekommen ist. Es ist halt aber eine gute Erklärung, wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass er einfach gekifft hat. Ähm, das war wohl nur Teilgrund der Sperre, waren auch disziplinare Sachen, die den Browns nicht gefallen haben, über die Zeit jetzt, die er da war, trifft sich ja auch mit den Storys aus dem College, wo er auch schon nicht der beste Kerl oft gefehlt war, sag ich mal, ne, und das wird jetzt ernsthaft sehr, sehr schwer, dass der noch ein neues Team findet. Denn, wenn du ihn jetzt als neues Team signst, dann holst du einen Receiver, der erstens nicht besonders einfach ist, zweitens aber auch nicht auf dem Niveau von anderen nicht einfachen Receivern ist, wie jetzt zum Beispiel einem Antonio Brown oder einem Gordon zum Beispiel. Das heißt, ja, er ist gut, aber er ist definitiv nicht so gut, dass er den ganzen Struggle wert ist und du könntest ihn halt auch erst nach 10 Spielen einsetzen. Also das ist alles, das ist sehr, sehr kritisch und ich glaube mal, dass wir das letzte von Antonio Callaway in der NFL gesehen haben werden. Colin Kaepernick hat heute einen Workout, also später jetzt wegen Zeitverschiebung und sowas, aber es ist auf jeden Fall am Samstag, bei dem quasi alle NFL Teams eingeladen sind, organisiert von der NFL und so weiter und so fort. Die Sache ist, dass es manchmal ein bisschen schwer nach außen kommt, was wirklich passiert jetzt mit Colin Kaepernick. Der ist ja theoretisch nicht offiziell gesperrt oder sowas, sondern die Vermutung, relativ realistische Vermutung ist einfach, dass er ein bisschen geblacklistet ist, top secret. Das heißt, dass die ganzen Teams wissen, ey, wir sollen ihn nicht verpflichten, aber das ist nichts Offizielles, ist von wegen, ihr dürft ihn nicht verpflichten. So, und deswegen gab es auch schon mehrere Teams, die eventuell jetzt nicht Richtung Colin Kaepernick geguckt haben. Ich persönlich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so eine Verschwörungstheorie ist, von wegen, die Liga unterdrückt ihn, oder ob es einfach keine Owner gibt, die Quarterback brauchen und sich trauen, ihn zu verpflichten. Also, dass es teilweise Owner gibt, die ihn verpflichten würden, aber keinen Quarterback brauchen, oder dass es auf der anderen Seite Owner gibt, die ihn nicht verpflichten wollen, obwohl sie Quarterbacks brauchen. Beispiel dafür, ich denke, wenn die Panthers wirklich dringend einen Quarterback brauchen würden, könnte ich mir vorstellen, dass der neue Owner da bereit wäre, ihn zu verpflichten. Haben wir auch gesehen, mit Eric Reid zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite ein Team, das tatsächlich Quarterback brauchen könnte, wo der Owner nicht bereit ist, ihn zu verpflichten, denke ich, das wären die Steelers. Ich denke, Tomlin würde den mit offenen Armen nehmen, aber ich glaube, Ownership bei den Steelers ist da doch eher ein bisschen konservativer. Das Ding ist jetzt, dass viele Leute auch schon wieder gesagt haben, oh, die NFL hat das willentlich auf den Samstag gelegt, damit da keine wichtigen Leute von den Teams hingehen und sowas. Das ist halt auch schon wieder strunzdumm, denn da wären sowieso keine Headcoaches hingegangen. Wer erwartet sowas? Als ob das jetzt am Mittwoch ist, das Spiel und dann irgendein Headcoach sagt, Shanahan sagt, oh ja, ich gehe da jetzt hin und gucke mir Colin Kaepernick an. Dafür gibt es Scouts, dafür hat jedes Team Scouts. Die sind ja nicht die ganze Zeit nur im College unterwegs, die gucken sich auch Free Agents an und sowas, die gucken sich Workouts an. Und natürlich werden jetzt mehrere Teams ihre Scouts dahin schicken und alle anderen Teams oder alle Teams generell kriegen Tape von dem Workout. Also das mit dem, oh, extra da, damit keine Leute hingehen, das ist Bullshit. Da wären sowieso keine anderen Leute hingegangen, selbst wenn es unter der Woche ist. Ich frage mich trotzdem, ob es Owner gibt, die sich trauen, ihn zu verpflichten. Mir fehlen manchmal ein bisschen die Gründe dafür, ihn nicht zu verpflichten, denn ja, du würdest Tausende an Fans verlieren, aber ich glaube, du würdest Hunderttausende, wenn nicht sogar international gesehen, Millionen von Fans neu gewinnen. Wie viele Leute sich ein Kaepernick-Jersey kaufen würden, einfach nur, weil Kaepernick draufsteht, egal, von welchem Team es ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich glaube, es wäre sogar business-technisch betrachtet ein cleverer Move. Einer der Gründe, aus dem viele Leute ihn nicht holen, ist, dass er höchstwahrscheinlich nicht mehr gut genug ist, um Starting Quarterback zu sein und du von deinem Backup Quarterback halt wirklich erwartest, dass er ruhig ist, dass er keinen Trouble gibt. Und Colin Kaepernick würde vermutlich ein bisschen Trouble geben. Das ist der eine Grund, aus dem er nicht verpflichtet wird. Wir kommen zu Verletzungen. Wieder haben die meisten Teams ein bisschen gepennt mit dem Injury Report, deswegen bin ich sehr begrenzt in meiner Teamauswahl heute. Bei den Colts wird Jacoby Brissett wieder spielen am Wochenende, was sehr, sehr hilfreich ist. Auf der anderen Seite fallen sowohl Tyreek Hill, danke, T.Y. Hilton als auch Paris Campbell aus als Wide Receiver. T.Y. Hilton auch die letzten Jahre mehr verletzt als gespielt geführt. Sehr schade, weil er eigentlich ein richtig guter Receiver ist. Und Paris Campbell jetzt in seinem Rookie, er hat auch wirklich viel Verletzungspech gehabt. Bei den Falcons sind Running Back Devontae Freeman und ein Titan, der still und heimlich eine echt richtig gute Saison hatte, vermutlich auch deswegen still und heimlich, weil die Falcons nicht besonders gut sind. Austin Hooper, die fallen beide aus. Desmond Trufant kommt dafür jetzt das erste Mal seit tausend Jahren wieder und wird definitiv spielen. Bei den Redskins fallen Chris Thompson als Running Back und Paul Richardson als Wide Receiver zusammen mit Tight End Vernon Davis aus. Also die sind auf gar keinen Fall am Start und die Safeties Deschazer, was ein geiler Vorname ist, Deschazer, Everett und Montaen Nicholson sind beide questionable. Könnte natürlich kritisch sein, wenn du auf einen Schlag zwei Safeties verlierst. Eine Positionsgruppe, die bei den meisten Teams sowieso nicht so deep ist. Bei den Jets sind acht Leute questionable. Also jetzt nicht nur, dass die Redskins Trouble haben, die Jets haben genauso Ärger und zwei davon sind offensive Leistungsträger. Vielleicht die beiden besten offensiven Spieler, Levin Bell und Robbie Anderson. Also auch da könnte das Team ein bisschen ausgenutzt sein. Wir kommen zu den College Football Empfehlungen und diesmal habe ich tatsächlich vier Empfehlungen für euch, wo jeweils immer zwei gerankte Teams gegeneinander spielen. Das ist cool. Wir gehen rein. Um 20.30 Uhr spielt Nummer 23 Navy gegen Nummer 16 Notre Dame. Notre Dame hier siebeneinhalb Punkte Favorit. Um 21.30 Uhr spielt dann Nummer 4 Georgia gegen Nummer 12 Auburn. Das könnte sehr, sehr geil werden. Georgia hier drei Punkte Favorit. 22 Uhr, also eine halbe Stunde später wichtiges Spiel Nummer 8 ungeschlagen, das Minnesota spielt gegen Nummer 20 Iowa. Iowa drei Punkte Favorit tatsächlich und dann um 1.30 Uhr spielt Nummer 10 Oklahoma gegen auch ungeschlagen Nummer 13 Baylor. Oklahoma hier zehn ein Halbpunkte Favorit. Ich habe ehrlich gesagt kein allzu großes Vertrauen in Baylor, aber wenn Minnesota gewinnt gegen Iowa, dann könnte ich mir vorstellen, dass die eventuell in die Top 4 rutschen, gerade wenn Georgia verliert und Bama vielleicht nicht allzu überzeugend ist, denn dann wärst du halt immer noch ungeschlagen und hättest jetzt deinen Sieg gegen ein Top Team. Iowa ist halt so ein bisschen an der Grenze zwischen richtig gutes Team und gutes Team, aber es wäre auf jeden Fall ein Signature Win für die Golfers. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Ihr könnt mir natürlich auch eure Meinung zum als Garen und sowas da lassen, wie immer, aber werden die meisten von euch vermutlich sowieso schon gemacht haben, die da Bock drauf haben. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.